Aus und das hat auch durchaus einen Grund, denn das Wetter, das spielt wirklich mit Sonnenschein. Wunderbar angenehme Temperaturen, kein Röntgen zu sehen, also es kann doch nur ein richtig gutes Fußballspiel werden. Geht es spektakulärer? Geht es eine wirklich spektakulärere Bühne als diese hier? Ich glaube nein. Einfach nach vorne geschlagen. Perfekte Spielübersicht, den Ball gut verlagert auf rechts. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Itakura spielt den Ball genau dahin, wo es gefährlich werden kann. Lukeba. Den Ball weit rausgehauen. Der kommt weit nach vorn. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Neuhaus. Der Ballverlust sofort ausgebügelt. Herrmann. Weigel. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Er könnte zum Tor ziehen. Der Reingabe in den 16er. Ein fast perfekter Ball. Da geht ja überhaupt kein Risiko ein. Ganz klar. Einwurf. Der Ball abgeluchst. Macht ja was drauf. Kramer. Sie führen und gehen im Moment auf Nummer sicher, wollen diesen Vorsprung jetzt mitnehmen in die Kabine. Patrick Herrmann. Kramer. Da gab es einen Pfiff und, ja, richtig, Freistoß. Der kommt tatsächlich durch. Kramer. Auf die Seite verlagert. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Er zieht auf. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Eigentlich ein guter Versuch, aber er weiß natürlich ganz genau, entscheidend ist auf der Anzeigetafel. Aus und das hat auch durchaus einen Grund, denn das Wetter, das spielt wirklich mit Sonnenschein. Wunderbar angenehme Temperaturen. Kein Wölkchen zu sehen. Also, es kann doch nur ein richtig gutes Fußballspiel werden. Geht es spektakulärer? Geht es eine wirklich spektakulärere Bühne als diese hier? Ich glaube, nein. Einfach nach vorne geschlagen. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Itakura. Spielt den Ball genau dahin, wo es gefährlich werden kann. Lukeba. Spielt den Ball weit rausgehauen. Der kommt weit nach vorn. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Neuhaus. Der Ballverlust sofort ausgebügelt. Hermann Weigel. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Er könnte zum Tor ziehen. Der Reingabe in den 16er. Ein fast perfekter Ball. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Ganz klar. Einwurf. Der Ball abgelupst. Macht er was drauf. Kramer. Sie führen und gehen im Moment auf Nummer sicher, wollen diesen Vorsprung jetzt mitnehmen in die Kabine. Patrick Hermann. Kramer. Da gab es einen Pfiff und, ja, richtig, Freistoß. Der kommt tatsächlich durch. Kramer. Auf die Seite verlagert. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Er zieht auf. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Eigentlich ein guter Versuch, aber er weiß natürlich ganz genau, entscheidend ist auf der Anzeigetafel. Ganz klar. Einwurf. Der Ball abgelupst. Macht er was drauf. Kramer. Sie führen und gehen im Moment auf Nummer sicher, wollen diesen Vorsprung jetzt mitnehmen in die Kabine. Patrick Hermann. Kramer. Da gab es einen Pfiff und, ja, richtig, Freistoß. Der kommt tatsächlich durch. Kramer. Auf die Seite verlagert. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Er zieht auf. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Eigentlich ein guter Versuch, aber er weiß natürlich ganz genau, entscheidend ist auf der Anzeigetafel.